hallo willkommen alle leute gestern abend oktoberfest am gestatten ins kitchen ja oktoberfest in münchen ist die große festival in der welt mehr groß denn rio dann madiga nur lieben nur lieben und marika da sind für kleine kinder die richtige bier trinken ist in münchen oder verwirrt alle die mann und frauen doch vor akur fest heute abend dieses bier hat lederhosen ist es ist wirklich es kommt aus mussten kurs brauerei ich weiß ich werde die bier von mussten kursen dabei nicht an 12 in der fernsehen aber heute aber wir haben ein bisschen spaß und deshalb lederhosen ich denke die die klage in die welt hat ein gutes idee mit das so es ist der lederhosen es ist ein oktoberfest bier und schau mal gesagt hier schmeckt gut mit ein deutsches bradwürt und ein bräserle kannst du das sehen ist ein bisschen okay so wir haben big brass book adus mein schatz und es ist ein stark oktoberfest bier 6.5 präsent auch geholt was denkst du dunkel ja 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 ich schmeckt nur so ja es ist okay aber es ist ein bisschen stoff autobest du gehst heute abend oder nächste woche nächste wochenende für die aktuelle und habe dann gute zeit dat er in nächster zeit jansen raus Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Oh, du lieber Augustin, alles ist weg. Oh, du lieber Augustin, 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 Oh, du lieber Augustin, alles ist weg. Geld ist weg. Schlag ist weg. Alles weg. Die Welt b م Oscar W fi.